Musik Eure Art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Musik 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 Ihr Minister, Ihr Land, Ihr Präsident, all of Sie mit uns mit dem Weg. Wir sind wirklich die Freunde. Ich möchte Ihnen ein Wort zu danken für Präsidenten Rady Minister Pohlske, Herr Mateus Mora-Wiettiägo. Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, Mateusz. Vielen Dank für Sie und die Polen. Vielen Dank, Herr Herr Minister. Sie, Herr Minister, Herr Mateus, und all die Team und die Leute hier in Polen. Ich möchte mich gratulieren Premier Morawieckiemu. Das ist wirklich eine große Rolle, die Polen in der Zeit wissen, in der Zeit, in der Ukraine und ihren народen. Das alles alles vor allem, dank unserem gemeinsamen działen Polski und der Republik. Hier, Herr Premier Morawiecki, in dieser Sache, eine große Rolle. Herr Mateusz Mora-Wiettiä. Vielen Dank, Herr Mateus, für die Konferenz. Vielen Dank, Herr Mateus. Vielen Dank, Herr Mateus. Vielen Dank, Herr Mateus, für die Konferenz. Bundespräsident Steinmeier hat ja bezüglich Nord Stream 2 gesagt, dass das ein Fehler war. Aber ich frage mich, was tut Deutschland, um diesen Fehler zu beheben? Das ist eine große Rolle, die wir in der Zeit, um die Freiheit zu beheben? Das ist eine große Rolle, um die Freiheit zu beheben? Das ist eine große Rolle, um die Freiheit zu beheben? Das ist eine große Rolle, um die Freiheit zu beheben? Das ist eine große Rolle, um die Freiheit zu beают? Bes Maybeks